Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und herzlich willkommen mal wieder endlich in der Welt von Ninja Go und in diesem Fall auf dem Blitzdrachen und das ist nämlich nicht irgendein Drache, das ist der von Jay. Den schauen wir uns gleich genauer an, weshalb ich mir dieses Set auch geholt habe, das hängt auch damit zusammen, dass es kompatibel bzw. verbindbar ist mit Lego Boost. Dass ich heute davon nichts zeige, das hat Gründe und da werden wir gleich nochmal drüber reden. Worüber wir auch reden müssen ist, dass dieses Set 493 Teile hat, was bei einem Preis von 39,99 bedeutet, dass der Teilepreis bei etwas über 8 Cent liegt. Das ist leicht gehobenes Ninja Go Niveau, aber gut, dafür haben wir noch einen Drachen und auch immerhin vier Minifiguren. Einer davon ist natürlich Jay, gut, der darf bei seinem blauen Drachen nicht fehlen, natürlich hat er auch etwas Blaues an. Dazu gehört auch, dass er bewaffnet ist, nämlich mit seinem Tanto, das ist dieses Kurzschwert und eine Kettensichel, die hat er da in der Hand. Und hier noch so ein kleines Messerchen hinten, so soll es denn auch sein. Schöner Griff, der hier auch dran ist, also recht edel und nicht nur so 0815 gestaltet. Wir können ihm auch mal ins Gesicht gucken, wenn wir hier nämlich ein bisschen drehen, dann sehen wir, da gibt es zwei Gesichter, so ein verschmitztes Lächeln und natürlich angriffslustig. Ja gut, es ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Welt von Ninja Go. Das merken wir natürlich auch insbesondere daran, weil hier auch noch zwei handfeste Böse bei sind, nämlich einmal hier er, das ist der Maulkorbjäger, der, deswegen heißt er ja auch so, einen Maulkorb trägt und ein paar Waffen in der Hand hat, nämlich einen baubaren Katana und einen Speer. Ja, also gerade dieser Speer mit diesem Zweizack vorne, der sieht, finde ich, ganz gut beeindruckend aus. Der Katana, ja, ist eben so ein typischer Katana, wie wir ihn schon öfter hatten. Und ja, man muss sagen, das ist natürlich auch schon etwas gruseliger, was er da vor den Mund trägt. Erinnert mich auch so ein bisschen an Bane, glaube ich, ist das, aus der Welt von Batman. Damit hat der hier ja hier nichts zu tun, das ist nämlich auch nicht mal ein richtiger Herr. Er ist Zane, aber er ist natürlich ein Guthaber. Irgendwann stellt er ja in der Serie fest, dass er gar kein Mensch ist, sondern ein Roboter. Aber, wie gesagt, ein Guter mit sehr viel Gefühl und Herz. Und so soll es denn auch sein. Wir sehen, auch er ist natürlich in diesem Fall bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Den Bogen werden wir gleich nochmal sehen. Und auch in diesem Fall hat er einen baubaren Katana in der Hand, also dieses Schwert. Wir haben einen Turban, den man ihm auf den Kopf setzen kann. Und sein Gesicht konnten wir gerade eben auch in zwei Varianten sehen, wenn man denn diesen Mundschutz beiseite schiebt. Ja, und wenn wir dann von gut auf böse jetzt ständig wechseln, dann kämen jetzt wieder böse. So, und das ist es natürlich auch, das erkennt man mit fast geschlossenen Augen. Das ist nämlich der beinlose Jäger, der nicht nur, weil er keine Beine hat, sondern nur da irgendwie so komische Greifer, beziehungsweise so Dinger, die dann auch noch mit einer Anzeige versehen sind, dass der eben gruselig ist. Inklusive eines Speers, Schwerts, was auch immer, mit dem man übrigens gleich auch nochmal mit dem Drachen hantieren kann. Und in der anderen Hand, ja, das ist doch mal ein Schwert. Also, beziehungsweise die Klinge ist beeindruckend. Dieses Gesicht allerdings auch. Also, nimmt ihm ein wenig was von der Gruseligkeit. Und die Frisur auch. Na gut, die Bösen waren schon immer irgendwie seltsam in ihrer Art. Seltsam ist auch dies hier, beziehungsweise das ist etwas, was man über mehrere Sets hinweg sammeln soll, laut der Idee. Wir haben nämlich hier einen Teil der goldenen Drachenrüstung. Weitere Teile gibt es beim Flügelspeeder, der Mutter der Drachen, Drachenfänger und der Drachengrube. Ja, viel Drache. Deswegen haben wir hier auch einen Drachen. Nehmen nicht den blauen Drachen, so wie Zane es ist. Ich sagte schon, der Blitzdrache. Er kann Blitze ausspeien. Das werden wir gleich noch sehen. Und, ja, er hat eine ganz beachtliche Länge, wie wir hier auch schon sehen können. Er ist nämlich fast ein halb Meter lang. 49 Zentimeter. Vorne sehen wir die rote Zunge, die ihm da im Mund steht. Und, ja, so, den Gegner kann er grümmig angucken. Hat ja auch so Flügel und auch seine Tatzen mit entsprechenden Klauen. Ganz interessant ausgerüstet. Und so gut wie alles ist beweglich. Dazu gehört einmal dieser Schwanz, den er so rumschlackern kann. Da werden wir gleich sehen, damit kann er auch ganz gut was zerlegen. Aber dazu gehören genauso auch seine Beinchen und die Flügel. Alles ist mit Scharnieren ausgerüstet. Und, also, da ist ordentlich Bewegung. Beziehungsweise, wenn man möchte, eben auch still leben. In den verschiedensten Positionen möglich. Da sehen wir schon, nicht nur die Klauen lassen sich bewegen. Der ganze Fuß, das Kniegelenk. Das ist vielleicht das Einzige. Da ist was fest. Aber da hinten, was da angebracht ist, das können wir auch schon wieder fast in alle Richtungen bewegen. Genauso mit dem zweiten Bein. Hier sehen wir auch schön die Schuppen, wie sie angedeutet sind. Und wir sehen auch da so Streben. Mit denen werden wir gleich noch was zu tun haben. Schön auch der Kopf gestaltet. Auch beweglich. Nicht nur, dass der Mund offenbar ist. Und, dass das Auge, was wir da sehen, kein Aufkleber ist. Sondern gedruckt. Sehr schön. Geht doch. Sondern auch dieser Kopfform oben rum. Also auch mit diesen Kiemen, was es sind. Oder Schuppen, die da auch abstehen. Also, das Ding macht was her, finde ich. Für einen Drachen. Also, wenn man einen Drachen mag. Aber das ging ja bei Ninjago ja schon immer. Also, der grüne Drache, den fand ich auch schon cool. Und, und, und. Also, die Drachen sehen eigentlich immer nett aus. Hier sehen wir auch die Blitze an den Drachenflügeln. Das ist ja auch der Blitzdrache. Also, blöd, wenn da keine Blitze wären. Und wir haben hier so eine Kette. Die wird auch gleich noch mal zu sehen sein. Die ist nämlich deswegen da, um den Sitz nicht nur zu fixieren. Das klappt natürlich mit dem Nop hin. Sondern, die kann man diesen Sitz auch lösen. Und auf diesem Sitz soll dann natürlich auch der J sitzen. Hier sehen wir noch mal, wie ich da überall ziehen und wackeln kann. Da ist ja der Sitz hinten, auch mit zwei Klammern. Da können dann die Waffen verstaut werden. Und hier sehen wir es. Wir können es also leicht lösen. Und damit eben auch, ja, frei in der Luft uns irgendwie mitziehen lassen. Oder was auch immer man dann da machen will. Auf jeden Fall, dieser Sitz lässt sich eben entsprechend entfernen. Oder auch wieder draufdrücken. Apropos draufdrücken. Wir drücken jetzt mal jemanden drauf. In diesem Fall machen wir es mal mit Zane. Ja, ist nicht Jay. Aber egal. Das sieht aus. Sieht man hier. Also Jay könnte auch. Passt. Und ob es dem Drachen jetzt gefällt. Wir werden es nicht erfahren. Er spricht nicht. Obwohl er könnte, theoretisch. Weil er hat einen Mund. Aber wir wissen nicht, was dahinter ist. Weil da ist alles dicht. Aber immerhin, die rote Zunge, wie ihr kennt es. Ich sagte schon, auch hier wieder so eine Art Kiemen hinten. Und da, ja, da kommen sie, die Blitze. Also es ist, muss man sagen, natürlich die typischen Federshooter, die da eingebracht sind. Zwei Stück nämlich. Gott sei Dank ist auch noch, wenn man mal einen verliert, eine weitere Zusatzmunition dabei. So, da stecken wir es wieder rein. Die Feder hält das Ganze. Es verklemmt sich leicht. Und wenn man dann hinten dagegen kommt, dann schießen die guten Teile eben nach vorne. Wir kennen es von so vielen Sets. Da sehen wir jetzt auch, weshalb da diese Streben sind da oben. Nämlich, damit wir hier, wenn der Beinlose nämlich seinen Speer losschickt, den dort festklicken können. Damit es so aussieht, als wenn der Speer stecken würde. Ja, also finde ich eine ganz witzige Idee, wenn man damit spielen will. Und das ist es natürlich, ein Spielmodell. Insbesondere, wenn man mit dem Schwanz schön mal zeigen will, ja, wo der Drache eben den Schwanz hat. Da hinten nämlich. Und da geht ordentlich was ab. Jo, dann sehen wir hier noch weitere Waffen. Zum Beispiel Zanes Bogen und zwei Drachenknochenklingen. Ja, die sehen ganz beeindruckend aus. Dann haben wir hier die Anleitung. Auch hier hat es alles noch nichts mit Boost zu tun. Wir sehen, dass wir in verschiedenen Tütengruppen bauen können. Bauzeit, ja, dreiviertel Stunde, halbe bis dreiviertel Stunde. Dann steht der Drache vor einem. Und jetzt kommt, weshalb ich die Boost-Funktion nicht zeige. Ich hatte mich dann hingesetzt, den Drachen hingestellt, Boost rausgeholt, gedacht. Jetzt mache ich es so, wie ich es mir zumindest in meiner Vorstellung gedacht hätte. Da gibt es eine Anleitung, die sagt, wie bringe ich jetzt an diesen Drachen Boost dran. Aber Pustekuchen, es wird eher ein Mash-Up. Man braucht nämlich beide Sets. Okay, das wusste ich auch vorher. Und beide Sets werden komplett neu gebaut. Die Anleitung ist dann in der App von Lego Boost. Und man fängt ganz vorne wieder an. Man muss den Drachen mehr oder weniger komplett auseinandernehmen wieder. Und dann kann man eben Boost noch ranbringen. Dann kann er damit wohl auch laufen. Auch die Schutzfunktion auslösen und, und, und. Das muss ich dann, weil es doch aufwendiger ist, in einem anderen Video zeigen. Aber schon der Drache so, wie man ihn hier hat, ohne Boost, finde ich, ist wirklich ansehnlich. Und gerade zum Spielen, klasse. Deswegen gibt es auch acht Punkte von mir. Und wenn man dann mal durchrechnet, die knapp 500 Teile mal ungefähr sieben Cent pro Teil, was so üblich ist bei sehr günstigen Lego-Sets, dann kommt man eher so auf 35 Euro. Nicht so weit weg von den knapp 40. Und im Angebot gibt es ihn sogar schon teilweise für 30. Deswegen dann im Angebot ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. So ist er mittelt. Das war es für heute. Bis bald. Und tschüss. Bis bald. 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 Bis bald.